Das sagt sich so leicht, wenn man schon in Frieden ruht. Ja, aber ist das hier eine Abkürzung? Muss man die freischalten? Kann den Lift hier nicht benutzen. Okay. Noch eine Krypte an. Ich wette, Marin würde den Ort hier lieben. Oh, verdammt. Ein Rätsel. Okay, warte mal. Gehen wir erst mal gucken, ob wir da Informationen finden können. Ach du Scheiße. Ein Droide mit seinem Meister. Wir sollten sie zum Archiv zurückbringen. Okay, okay. Gut. Wir haben keinerlei Anhaltspunkte. Uh-huh. Uh-huh. Was möchte uns dieses Teil hier sagen? Da war jetzt nix. Kein Bild oder so an der Wand. Wo man das hätte erahnen können. Oder was man da drücken muss. Ja, aber alles kaputt machen hier. Na ja, hier auch nicht. Okay, vielleicht auf den Rollen vorne. Da, wo stand, ähm, Verlass, den Pfad. Oder so. Die da. 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 das hier bringt aber auch nix hier ist die selbe malerei mhm ok ok kam jetzt auch keinen keine reaktion von den dingen ha nur das nichts zu erkennen das fuchs mich aber wenn ich schon mal hier bin vielleicht müssen wir erst mal da hoch und noch eine information kriegen oder und ja auch nichts das kritzen und gekrackst na gut gucken wir mal ob wir da rüberkommen und dann hier lang warum springt er nach links durch paddel aber das ist das was wir vorhin gesehen haben quasi müsste da unten der anfang sein vermutlich füllen hättet ihr sein können dass da was drin ist da ist ja wie mein pilg ich hatte heute gar nicht mit pilgern gerechnet was machst du hier draußen ich gebe mein bestes aber hier wächst nur sehr wenig wie du siehst du solltest das kohbau system sehen dort wächst alles klingt wunderbar vielleicht mache ich das sag dem barkeeper in pailon salone einfach dass ich dich geschickt habe er wird sich um dich kümmern oh es ist vielleicht gärtner fürs dach pili die gärtnerin wurde jetzt für den dachgarten von pailons saloon rekrutiert na siehst du gartenerweiterung da du pili rekrutiert hast kannst du gartenparzellen freischalten indem du alle verschiedenen pflanzenarten wachsen lässt bis ihre volle größe erreicht haben sind alle parzellen freigeschaltet erhältst du spezielle gartenarbeit fähigkeiten ok muss ich jede menge dinge pflanzen das hier führt zur bröcke und das in den tod und was gibt es hier noch nix versteckt schade schokolade höre dann eine botanikerin in der wüste sie muss sich ernsthaft verirrt oder verzweifelt nach ihrer berufung gesucht haben so bin ich wundern wenn wir noch einen staubsauger vertreter finden jemand hat sie in der nähe gesehen irrelevant geist oder sonst wer ich möchte sehen ob jemand die leute an das fahrzeug etwas entgegenzusetzen hat wann soll es hier ankommen kann nicht mehr lange dauern bleib stehen und kämpfe Achtung mit rum das ist das Ende Ente gut alles gut trotzdem erstmal kurz hier geht es da denn weiter zu der Brücke komm lass nochmal eben die lage checken bevor wir abhauen ne da versteckt sich nix da kommen wir so einfach nicht hoch und rüber kommen wir da schon gar nicht okay dann waren wir auf dem richtigen Weg ne etwas an dieser Felsformation kommt mir bekannt vor ja das ist der Schlüssel oben die äußeren unten die innen ok wie zum geier komme ich da jetzt wieder hin das ist hier das ist der Fahrstuhl yeah baby yeah baby yeah baby ja baby beautiful also das 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 und das haha hoher oh hoher hoher Noch ein Schmuckstück in Erinnerung an einen Reisenden, der den Weg zur Kreuzung gefunden und sich selbst verloren hat. Dafür ehren wir ihre Bemühungen und merken uns ihre Worte für immer. Jede Glocke steht für jemanden, der auf seiner Pilgerfahrt gestorben ist. Was ist das? Noch ein Stimm. Hier, bitte. Cool. Beautiful. Aktivieren. Ah, ja, ja. Oh, hier ist wieder grün. Wann lernen wir das endlich? Oder öffnet sich das, wenn man fortgeschritten im Spiel ist oder wie oder was? Und durchatmen. Genau. Chill mal, Bruder. Blaster. Abklingzeit. Da halte zusätzliche Munition jedes Mal, wenn du einen Gegner mit dem Lichtschwert triffst. Hm. So oft benutze ich den jetzt auch nicht. Aber das ist zwei. Diese. Na, da brauche ich zwei. Da brauche ich einen starker spaltender Schlag. Ah, Papierstange wollte ich gerade sagen. Papierstange. Aha. Papierstange. Okay, warte mal. Warte mal. Kanalisierte Energie. Kel regeneriert mehr Macht, wenn er einen Gegner besiegt. Trifft er einen blockende Gegner, renegiert, regeneriert er ebenfalls. Verwirrung. Widerstandskraft. Reduziert die Zeit, die nötig ist, um Kel mit einem Steam von BD1 zu heilen. Okay, wir sitzen doppelklingenmäßig. Dann brauchen wir gleich zwei. Na komm, dann nimm das mal mit. Doch so schnell. Jo. Und was genau haben wir hier jetzt gemacht? Muss ich da hin? Nee, ne? War ich doch eben. Ah, nee. Da müssen wir hin. Hauptziel. Okay. Das heißt. Da unten ist zu. Wenn wir da durchkommen würden, aber das ist das Grüne. Das geht nicht. Das ist der Aufzug. Ah, ja. Dann geht's da oben weiter. Okay. Alles klar. Dann wieder The Dua. Dann wieder The Dua. Dann wieder The Dua. Dann wieder da hoch. Und mal checken, wie es weitergeht. Gut. Dann gehen wir hin auf sofern. Okay. Gut. Ist das eine Etage höher hier? Könnte man meinen, ne? Ja. Dann gehen wir mal hoch. Okay, das gibt einen weiten Sprung. Also. So, die Dinger will ich kaputt machen aus irgendeinem Grund. Ich weiß aber noch nicht warum. So. Hui. Ja, aber geil. Quatsch. Oh. Nein. Okay, so geht's auch. Ich schmeiß doch alles. So. Da haben wir die Brücke. Das ist immer nur. Ist man jetzt wieder hoch? Nein. Oh ja. Bringen wir die hier ins Sears Archiv. Ja, ja. So. Mal, was es hier gibt. Ach, guck an. Ich habe getan, was ich konnte, aber da vorne ist eine imperiale Einheit. Ich dachte, ich warne dich besser. Klingt gut. Nach dir. Na, ich gehe dann doch vor. Hi, wenn das sieht. Hey. Na, alles gut? Willkommen im Chat. Mhm. Oh nein. Gegner voraus. Ein Aufständlicher. Aufpassen. Alle Schaden erlösen. Aufpassen. Hört vor uns. Wacht sie fertig. Tastenbrütt mein Dissensatz. Oh nein. Oh nein. Oh nein. das imperium schon einen weg in den tempel gefunden nein aber ich habe gehört wie imperiale von einer neuen ausgabungsmaschine sprachen gehen wir jetzt die lage checken okay ich bin immer noch beeindruckt du hast das war ausmaß meiner kräfte noch nicht gesehen okay ist das schaffst du das nicht ohne hilfe viel wind es kommt aus der kammer tat springt ist doch wind jetzt oder nie so was fange ich gerne links an weil da meistens lud ist und rechts ist dann der richtige weg und meistens habe ich damit recht der ganze weg nur um zu sterben kein schatz ist es wert dafür zu sterben genau gut aha ich bin froh dass wir die hier gefunden haben die macht es stark an diesem ort der winter auch ich bin froh ich bin froh dass wir ich bin froh das hat nicht gereicht das ist ein seil dahinten okay 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 ich bin froh 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 ja ich bin froh ich weiß ich bin froh ichke ein da muss ich finden wir es heraus Okay, okay. Wie soll ich denn da hinkommen? Da muss ich ja... Oh shit! Wo muss ich denn da springen? Hier? Boah! Nee? Stopp! Willkommen zurück! Hey! Das imperiale Arbeitslager auf Masa. Die Garnison ist halb leer. Wir können zuschlagen, bevor Verstärkung eintrifft. Klingt vielversprechend, aber... Check den Job. Sobald sie es sind, sondiere ich die Lage und sie können sich ausruhen. Kel, du weißt, dass sie niemals ruhen werden, wenn du in Gefahr bist. Du gibst niemals auf. Und das inspiriert uns alle hier. Aber du darfst nicht vergessen, dass sie dir folgen, wohin du sie auch fühlst. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit viel gedrängt, aber seit Grease verwundet wurde... Was Grease zugestoßen ist, ist nicht deine Schuld. Aber seitdem bist du leichtsinnig. Ich mache mir Sorgen, dass einem von euch etwas Schlimmes zustößt. Es ist gut, dir deine Angst einzugestehen. Aber lass sie nicht deinen Pfad bestimmen. Konzentriere dich auf den Moment. Wähle deine Richtung und handle mit Entschlossenheit. Und egal, wie die Chancen stehen, glaube immer an dich. Kel, vertraue dir selbst. Vertraue auf die Macht. Ganz genau. Genau. Warum ist eigentlich kein Untertitel an? Springe und drücke B, um zu spurten. Spurte, um weiter und durch Windböen zu springen. Okay. Okay. So, Moment. Untertitel ist an. Hm, okay. Gut. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Konzentriere dich auf den Moment. Und durchbrechen. Tudum. Wir müssen diesem Sturm die Stirn bieten. Bereit machen, BD. Oh, 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 oh. So aber nicht. Ich weiß immer, wohin sie mich führen muss. Selbst wenn ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Oh, geil. Yeah. Was ist passiert? Sie selbst. Nix versteckt. Okay. Warte. Äh. Nicht schlecht. Vielleicht kannst du jetzt mit mir Schritt halten. Finden wir es raus. Was hat das Imperium vor? Sie sind am Tempeleingang und warten auf irgendwas. Da haben wir immer noch Zeit. okay. Was wEEP das denn? Auf geht's. Dich Dialog. Dich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020